Mein Name ist Dr. Christel Kannegeser-Leitner. Von meiner ursprünglichen Ausbildung her bin ich Ärztin für Arbeitsmedizin. Ich habe jedoch meinen Arbeitsschwerpunkt recht schnell verlagert und die psychomotorische Ganzheitstherapie zur Förderung von entwicklungsauffälligen und behinderten Kindern entwickelt. Mit diesem Therapiekonzept der PMG habe ich vor etlichen Jahren in Rastatt, Baden-Württemberg, eine Praxis eröffnet. Mein Ziel war und ist es, mit der PMG entwicklungsauffälligen Kindern, Kindern mit ADS, ADHS, LAS und Rechenschwäche und Sprachentwicklungsstörungen, aber auch Personen mit schweren und schwersten Beeinträchtigungen effektiv zu helfen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem gesamten Menschen, seinen Fähigkeiten und seinen Einschränkungen. In diesem zweitägigen Vertiefungskurs bauen wir gemeinsam auf dem Einführungskurs auf, dabei vertiefen wir speziell einzelne Testschritte und das sich daraus ergebende individuelle Trainingsprogramm. Ihre persönlichen Erfahrungen mit der psychomotorischen Ganzheitstherapie nehmen in diesem Kurs eine wichtige Rolle ein. Ich freue mich auf einen regen Austausch mit Ihnen. Ich werde mich freuen, Sie beim kommenden Kurs kennenzulernen. Vielen Dank. Vielen Dank.